Neuer Tag, neuer Folgershop. Schauen wir mal rein. Komm schon, für 6.500, okay. Und Ninja ist drin. Für eine Krone könnt ihr euch Ninja-Oberteil holen und für eine Krone könnt ihr euch Ninja-Unterteil holen. Finde ich ja mal mega geil. Unten Schnipser 6.500, okay. Weiße Taube für 2.000, Knockout für 2.000, Binnennetze für 5.000, Tartan für 2 Kronen, Backe-Backe-Kuchen für 3 Kronen. Schreibt mir mal in die Kommentare, wer sich alles Ninja-Skin holt für eine Krone. Ich sag ciao, ciao.